sehr gut sehr gut natürlich jetzt echt ein bisschen blöd gehen wir nämlich eine ganze Menge Tarnung weg aber egal das ist mir jetzt gerade bewusst wir brauchen den Platz so immerhin ein bisschen mehr Platz haben jetzt gut also weiter im Plan was hat das Airfield noch für uns so zu bieten gucken wir mal bis jetzt war das ja schon sehr interessant zwar nicht so viel Glück was die Visire angeht oh mein Gott scheint aber nichts mehr zu spawnen Schatty ein Zombie sehr gut ich sehe das ist jetzt nur ein Zombie können gerne ein paar mehr sein aber Hauptsache hier ist wenigstens ein Zombie das heißt direkt da ist auf jeden Fall kein Spieler bis jetzt gewesen da brauchen wir also nicht direkt Panik um auf einen zu treffen äh doch okay ja reibt die Hände und so ich bin ja mal richtig gespannt was es hier jetzt alles feines gibt langsam bekommen wir auch wieder ein bisschen Farbe kann das sein ja doch es wird langsam besser wenn man sich die Axt gerade mal so anschaut so wo ist das langweilig ganz langweilig also hier war jemand so viel steht schon mal fest das ist auch ein grüner Rucksack das kann man mal einladern den wollen wir eben austauschen ja das war wahrscheinlich wieder so ein Serverhopper schade das finde ich gemein das finde ich wirklich gemein aber naja gut was soll man machen so zack jetzt mal wieder ein bisschen mehr Taunung das ist auch noch mal Munition können wir sie ja auch locker mitnehmen das ist ja auch nicht nur so das Thema auf jeden Fall ist schon jemand da war doch gerade was ist da perfekt das ist auch noch eine Knarre nichts tolles soweit da das hier die Muni immer ganz gerne liegen lassen ist finde ich gut jetzt haben wir da haben wir ein 30er Mac die empty machen jetzt haben wir 30 zack und da noch 3 über genau perfekt da gibt noch irgendeine Visier ne da haben wir keine Augen mehr ne was ist das ein Knarre ein Helm da ist nichts mehr oben drauf da ist nichts mehr oben drauf ok hm 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 weiter geht's weiter geht's war hier schon einer zum gucken das ist auf jeden Fall schon mal interessant was ist das 20er Magazin ah ich brauche aber zwei Plätze ok 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 also Magazine findet man hier wirklich viele was ist das ah nochmal so ein nice 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 schönes Ding so Nóssehen noch mal dementsprechend im Muni finden sehr natürlich ist richtig geil hm hm wym geiler das Mh da sind gerade so ein bisschen der Restzusammler habe ich das Gefühl irgendwann kann man die Magazine ja auch wegschmeißen quasi und dann eigentlich nur noch die Money daraus holen ich glaube bald läuft das bei uns genau darauf hinaus da liegt auf jeden Fall noch was da nicht schulen was ist das dann nö 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 da ist nix mehr so und jetzt könnte es ja noch mal interessant werden und hier an der nächsten Stelle das ist ja jetzt noch mal eine Kaserne und die war eigentlich immer wirklich sehr geliebt hier könnte es jetzt wirklich passieren dass mir jemand im Nacken spawnt da bin ich einfach echt gespannt ein bisschen fahrer sehen wir wieder das heißt vielleicht können wir ein Schuss abkönnen hier war auf jeden Fall jemand alles schon offen hier war auf jeden Fall jemand alles schon offen das ist ja das ist ja das ist ja mann du so ich glaube nicht dass der wirklich hier hoch gelaufen ist also irgendwann klar ist das mal aber ich wette der hat dann Server-Hopping betrieben. Ach man, das ist doch echt fies. Da liegt noch was. Was ist es? Ja, was ist es denn? Es ist irgendeine Munition. 45er vielleicht. Gemein, dass man da nicht rankommt. Keine Chance. Das ist so 45er. Nicht so wichtig, aber auch wieder gemein. Das was noch da ist, kann man nicht aufheben. Grumeln. Okay. Da kann man ja eigentlich gar nicht mehr gucken. Hier hinten haben wir eigentlich immer noch eine Zelte oder so, oder? Egal, jetzt kommt erst mal das Teuerchen. Nee, doch noch nicht. Irgendwann kommt das schon mal noch. In zwei. Kann gut angehen. Roten wollen wir nicht. Äh, hier. Ach, aber jetzt wollen. Da ist ja auch schon jemand. Vontage. Fangen wir die mit? Nö. Kann man jemanden nicht gebrauchen. Oh, noch eine Gassmaske. Ist die so? Der wird aber auch hingelegt hier. Ah, ich muss jetzt noch nie was liegen sehen. Oh ja. Hier war jemand. Zu 100%. Na ja. Da ist eine Ammo-Box. Ist aber leer. Noch eine Lampe. Nee. Der Server ist hier schon geräubert. Ja, wir haben ja auch schon eine ganze Menge gefunden. Das beklagen können wir uns ja eigentlich nicht. Scheint aber auch noch was zu liegen. So, wie ist Schuhe? Lampe? Und Schuhe? Nö. So, jetzt haben wir noch mal ein... Was war das jetzt noch? Feuerwehrwache? Ja, das muss die Feuerwehrwache sein. Und dann ein Tower. Hölster. Ah. Lohnt sich das? Eins, zwei, drei, vier. Ja, es lohnt sich. Hallo? Da rein. Nicht daneben. Schon sparen wir wieder Platz. Oh, ich weiß. Noh. Ja. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020